Und damit herzlich willkommen zu unserem 24 Stunden Super Mario Marathon! Nehmen wir die böse, miete Katze! Moin bis Moin! Ja wir möchten 24 Stunden lang nur Mario Games mit euch zocken und wir machen direkt den Auftakt mit dem guten Mario Brothers. Einmal Reset und los geht's. Ton bräuchten wir noch, das wäre noch eine Idee. Warte mal. So! Na dann, bist du ready? Ich bin ready! Alles klar! Okay. Ziel des Spiels ist es, so viele Koopas und Krabben und was auch immer wegzubaschen und die meisten Punkte zu bekommen. Oh ja. Das könnte doch nicht sein, dass wir uns auch mal ganz dezent im Weg stehen. Danke! Ach, sehr mit. Nichts muss ich anstrengen. Aber im Bonus wollen wir schon fair sein. Noch. Nichts so toll. Nichts so toll. Spielt sich gut, ne? Oh ja. Deswegen mag ich ja auch die NES-Version von Mario Brothers sehr. Oh ja. Grab it! Grab it! Mana? Ja, toll. Du gehst mal wieder über Leichen, ne? Über die Leichen deines Brüders. Ja, ich weiß. Na, das kann ja noch was werden. Nichts hat sich zu geleistet. Oh ja, aber so richtig. schön als trampolin benutzt ach nicht doch ja ja schnappt sich mal wieder die kohle ist klar ich war noch fair zu dir super mario so früh wollte ich noch nicht sterben oh nö mann upsala Alter Schwede Alter Schwede Das hättet sich da hinten Das ist zuvor Ich bin raus Mietz holt sich den Pott Immer schon aufpassen Oh ja Oh ja Nix 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 Warum fangen wir mit Mario Bros an? Mario Bros ist das erste Mario Spiel, was rausgekommen ist Ne nicht ganz Donkey Kong kam früher Aber jetzt mal so Alleine nur als Mario Titel War es halt der erste Warte Sofern ich mich jetzt nicht erinnere Oh ja Wie Mietz rockt das Feld Oh ja Oh ja Uh oh Uh oh GG Ja Will 끝 Yeah Ahh du wirst jetzt nicht gehen rüber gehen doch du machst sachen noch mal eine runde oder weil es so schnell ging zehn minuten haben wir es von 24 stunden ich habe mein kumpel das spiel komplett durchgespielt ohne safe states ja bei 99 phasen fängt es ja wieder bei 1 an ja klar ja klar kreize ich die mits wieder alles ja 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 das war gut Hallo. Ah, ich dachte, wir wollen jetzt wieder das Spiel zu schnell. Du wolltest mir das Geld nicht gönnen, ne? Sorry. Sorry. Noch nicht absich. Na. Danke. Na geht doch mit dem Teamwork. Du, 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 du. Ja, tschuldig. Jetzt ist das Popcorn. Ich weiß, geiles Fisch. Oh, nett. Oh, oh. Den kannst du auch. Ey. Ja, ja. Du weißt ja. Alter Schwede. Aber wir sind besser als vorhin. Ja, dabei bist du, glaube ich, schon vorher schon klappiert. Ja. Wow. No way. Aber was bin ich froh über der doch präzisen Steuerung? Muss ich ehrlich positiv anbringen? Anbringen. Gut. Kann auch im Controller liegen. Was? Was machst du denn da jetzt? Du hast mich hier rein geschubst. Ah, ah, okay. Dürf, dürf. Hör. 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 Äh. Hör. 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 Alter Schweder. Ah, dieser Scheiß. Perfekt. Du brauchst unbedingt leben. Aber wir sind schon Phase 13. Batsch. Nicht traurig sein. Batsch. Ich glaube, ab 100.000 gibt es wieder ein Leben. Dann solltest du mal versuchen wieder ein bisschen. Batsch. 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 Hier wird mich noch töten Das ist fast unmöglich alleine alle Mütze zu bekommen Kein Bonus So Knapp Oh ja Ja, so ab 10.000 jetzt sei da kein Leben La 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 Ja So Einmal weg mit der Crab Und das war's So, wir haben ja unentschieden, ne? Also, dritte Runde, Entscheidung Alles klar Kudi Oh no, das war schlecht Oh Ach, ey, komm in der ersten nahe Das ist jetzt wirklich peinlich Alter, was machst du? Du musst mir nicht alles nachmachen, ne? Nur so als Info Okay, das ist nur wirklich ein Vorreiter der billigen Tode Das ist klar Ah, das ist klar Oh, du Jetzt gehst du aber über Leichen, ja? Ich noch nicht Na, niemals mal Das würde ich nie machen Das würde ich nie machen Nein, klar Das würde ich nie machen Nein, klar Ja, das würde ich aber Ich bin sehr schnell Mit dem Das würde ich nicht Vögen Werden Ja, ich glaube Du bist Und Ich bin Es wäre dass ich Teil der Ich bin Eigentlich ob wir überhaupt alles schaffen in der zeit wir werden auf jeden fall was multiplayer geht werden wir multiplayer spielen dann ist es dummer als wenn der andere einfach nur umsetzen was sollte das jetzt werden und grabt er sich erstmal so ein extra leben ab das macht das machen wir extra schöne münze da stand mein name das kalte ding in den nacken ok das war es 2 zu 1 für die mietz das war es 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 der